Die endosonografisch geführte Drainage von Gallenwegsystemen, die gestaut sind, in palliativer Intention, ist ein gängiges Verfahren bei Frustraner RCP. Doch was ist bei Patienten mit Frustraner RCP und bindigen Erkrankungen, beispielsweise eine Cholangiolytiasis? Bei solchen Patienten kam bisher die PTCD zum Einsatz, gegebenenfalls mit percutaner Cholangioskopie und endoskopisch-hydraulischer Lidotripsie. Aber kann man das auch endosonografisch durchführen? Wir wollen in unserer Studie zeigen, dass man auch endosonografisch Möglichkeiten hat, um Steine aus dem Gallengang zu entfernen. Beispielhaft möchten wir Ihnen über eine Therapie einer 87-jährigen multimobiden Patientin berichten, die wegen Ictorus und Cholangitis eingewiesen worden ist und bei der eine RCP nicht gelang bei Zustand nach Gastektomie. In einer Planungssonografie zeigt sich ein erweitertes Gallenwegsystem mit multiplen Steinen im Gallengang. Für die endosonografische Lösung des Problems gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die erste ist ein transionaler Zugang direkt zum Ductus Hepatiochole Dochus und die zweite Möglichkeit ist ein transionaler Zugang über die Leber in das intrapathische Gallenwegsystem. In diesem Fall haben wir uns entschieden, einen transionalen Zugang direkt in den Ductus Hepatiochole Dochus anzulegen. Es wird mit der Endosonografie der Ductus Hepatiochole Dochus eingestellt, mit einer 19-G-Nadel der Gallengang punktiert und einer Cholangiografie durchgeführt. Das Problem bei diesem Zugang ist, dass durch die Bewegung des Jejunums und den Punktionswinkel das weitere Prozedere komplikativ sein kann. Das sollte man bedenken, wenn man über die Nadel einen Draht einführt und nachfolgend mit Schneidestrom Neo-Ostien anlegt. Es kann hier zu Perforationen des Jejunums kommen, Perforationen des Gallengangs kommen. Das heißt, bevor man die Therapieerweiterung nach Cholangiografie durchführt, muss man das bedenken, um nicht Komplikationen hervorzurufen, die die Prognose des Patienten verschlechtern. In diesem Fall haben wir die Untersuchung nach Cholangiografie abgebrochen, bei schlechten Winkelverhältnissen, bei Bewegung des Jejunums, bei inoptimaler Lage zum Gallenwegsystem. Das Endosonografie-Garät wurde zurückgezogen und der linke Leberlappen wurde über das proximale Jejunum eingestellt. Nachfolgend erfolgte die Funktion des gestauten zweiten Segmentes mit einer 19-G-Nadel und einer Cholangiografie. Es zeigten sich ausgeprägte Steine im extrahepathischen Gallengang. Es wurde ein 0,035-Inch-Draht eingelegt. Das Ziel ist es nun, den Draht aus der Papille auszuleiten. Dies ist über die Nadel oft erschwert, da durch Vor- und Rückwärtsbewegungen des Drahtes an der Nadel die Drahtkabberung häufig abgeschäfert wird und die gesamte Intervention nochmals durchgeführt werden muss, da der Draht nicht mehr zu bewegen ist. Um dies zu vermeiden, sollte man den Draht über die Nadel nur in Vorschub bewegen und nachfolgend über den Draht ein HF-Ringmesser 5-Range in das Gallenwegsystem einbringen. Und über dieses HF-Ringmesser kann man, ohne Probleme befürchten zu müssen, mit dem Draht Vor- und Rückwärtsmanipulationen machen und Stenosen und Strukturen überwinden. Dies erfolgt bei dieser Patientin. Es ist das Ringmesser eingeführt, der Pfeil markiert die Spitze des Ringmessers. Nach Ausleitung des Drahtes aus der Papille, welcher nach Möglichkeit so weit wie möglich vorzuschieben ist, um bei weiteren Manipulationen die Kraft des Drahtes zu nutzen, bei Einführung beispielsweise von Dehnungsballons, erfolgte in diesem Fall eine Ballondilatation des Zugangsweges auf 6 mm. Hierzu wurde der Ballon über das Iunum eingeführt und der Zugang in den linken Leberlappen leicht aufgedehnt. Nunmehr wurde ein 15 mm Ballon eingeführt, der mittig an der Papille positioniert wurde und die Papille wurde auf 15 mm gedehnt. In diesen Fällen der in Anführungsstrichen blinden Ballondehnung ist zu beachten, dass die Patienten nach Intervention strikt observiert werden, da es zu Blutungen kommen kann, die endoskopisch nicht zu stehen sind, da die Papille nicht erreichbar ist. In solchen Fällen müssen die Patienten einer interventionellen radiologischen Intervention zugeführt werden. Als Minimalvariante zum Erhalt des internen Geileflusses nach Ballondilatation wurde bei der polymorbiden Patientin mit Cholankitis und den multiplen Steinen im extrahepathischen Geimwegsystem die Einlage einer internen Antegradendrainage favorisiert. Hierzu wurde eine 8,5 French Pigtail-Drainage in das interhepathische Geimwegsystem versenkt. Das distalle Ende des Pigtails wurde aus der Papille in das Duodenum ausgeleitet. Im weiteren Verlauf zeigte sich unter antibiotischer Therapie eine deutliche klinische Besserung der Patienten. Der Ictorus war Regretient, die Cholankitis nicht mehr nachweisbar und die Patientin konnte mit dieser Drainage entlassen werden. Eine Cholestase zum Zeitpunkt der Entlassung war nicht erkennbar. Das zeigte sich in der ausgeprägte Aeropilie. Dass die Einlage von Plastikstents in das Geimwegsystem eine Langzeitdrainage nicht gewährleisten kann, wissen wir aus der ERCP. In unserem Fall wurde die Patientin sieben Monate später erneut wegen Ictorus eingewiesen und wir entschlossen uns zu einer endosonografischen Re-Intervention. Endosonografisch wurde transsevonal der linke Leberlappen eingestellt. Das gestaute Geimwegsystem im zweiten Segment wurde mit der 19-G-Nadel punktiert. Die Cholankinografie zeigte ausgeprägte Kontrastmittelaussparungen im extrapathischen Geimwegsystem. Die Papille offenbar obturiert, stenosiert bei möglicher Obstruktion des liegenden 8,5 Frenz-Doppelpiktels. Nach Einleitung eines Drahtes und Zugang mit dem HF-Ringmesser Ausleitung des Drahtes aus der Papille. Wenn die Drahtpassage über die Papille oder auch über Anästermosen oder Strikturen nach Hepatogenästermie erschwert ist, kann man nach Passage mit dem Draht nachfolgend mit dem HF-Ringmesser mit HF-Strom die Striktur leicht passieren, sodass man diese nabige Striktur oder diese Verwachsung mit dem HF-Strom lösen kann und nachfolgende Interventionen somit erleichtert werden. Das geht aber nur, wenn der Draht die Striktur passiert hat. Andernfalls ist die Passage allein mit dem HF-Ringmesser komplikativ, da es auch hier zu Perforationen kommen kann. Da sich die Patientin bei dieser zweiten Intervention in einem deutlich besseren klinischen Zustand präsentierte, mit fehlenden Zeichen einer Cholangitis, wurde die Indikation zur endosynografischen erweiterten Therapie mit Steinextraktion gestellt. Hierzu wurde nunmehr eine Ballondelatation der Papillenregion auf 20 mm durchgeführt, um nachfolgend die Steinextraktion zu gewährleisten. Die Extraktion der Steine erfolgte mit dem Dilatationsballon in Push-Technik. Hierzu wurde der Ballon oberhalb des zu extrahierenden Steins positioniert. Er wurde mit Kontrastmittel leicht gefüllt und der Stein vorsichtig mobilisiert, indem man Zug am Draht ausübt und den Ballon in Push-Technik in Richtung Papille vorschiebt und den Stein somit über die gedehnte Papille ins Duodenum loziert. Zwischen den Balloninterventionen in Vorschub-Technik kann man durch Kontrastmittelinstallation die Reststeine im Geimweg-System detektieren und den Ballon entsprechend positionieren, um eine Extraktion zu gewährleisten. Der zweite Vorteil des Ballons ist, dass man bei Schrumpfung im Bereich der Papille oder im Bereich von Anästomosen jederzeit eine Nachdehnung durchführen kann. Bei unserer Patientin verblieb ein größeres Konkument im proximalen Ductusipaticholodochus, welches nunmehr versucht wurde, mit dem Dormia zu fangen und Transpapillär auszuleiten. Dies gelang mit dem drahtgeführten Dormia-Körbchen nicht. Dass die Papille auch nach einmaliger Ballondehnung auf 20 mm noch ein Hindernis darstellen kann, zeigt diese Intervention. Es wurde eine zweite Ballondehnung durchgeführt. Hier zeigte die Papille nach Inflation des Ballons mit Kontrastmittel eine mittige Talierung, sodass von einem mechanischen Hindernis der Papille noch auszugehen war. Die Ballondehnung wurde auf 20 mm ausgeführt. Nach dieser zweiten Ballondilatation der Papille wurde der verbliebene Stein im proximalen Ductusipaticholodochus mit dem parzell inflatierten Dilatationsballon in Push-Technik extrahiert. Die nachfolgende Cholangiografie zeigte einen raschen Kontrastmittelabfluss und eine Steinfreiheit der extrapartischen Geinwege. Der bei der ersten Intervention eingelegte Pigtail als intern-Andegradedrainage wurde belassen. Zur Sicherung des Zugangsweges transgemonal wurde ein zweiter Pigtail in das Geinwegsystem eingelegt. Vorteil dieses Pigtails ist, dass man eine Reintervention problemloser durchführen kann und dass der transhepathische Weg sicher verschlossen wird. Die Patientin hat die Intervention gut toleriert. Es kam zu keinen Komplikationen, insbesondere keinen Blutungszeichen. Es erfolgte am Folgetag eine Kontrollsonographie, die eine ausgeprägte Aeropelie zeigte mit regelrechter Lage der Drainagen. Im weiteren Verlauf kam es zu keiner Reintervention bei dieser Patientin. Sie verstarb zwei Jahre nach diesem Eingriff und hatte in der gesamten Zeit keinen erneuten Ictorus oder Cholangitis. Dann geht es.